So, der letzte Song, wo ich mich natürlich auf jeden, ja, ist ja kein Konzert, ist eine Autogrammstunde. Und ja, da freue ich mich aber wirklich auf jeden von euch. Und dann werde ich natürlich jeden Autogrammstunde wünschen, erfüllen. Neuerdings ist es ja nicht nur Autogrammstunde, sondern auch Selfiestunde. Nach meiner Erfahrung. So, wer hat denn alle Selfie-Apparats mit dabei? Alle? Okay, wir haben keinen mehr dabei. Okay, verstehe ich jetzt nicht, aber ihr seid wohl ein bisschen schüchtern hier. Also ich brauche jetzt aber auch meine Unterstützung. Es ist gar nicht so gut, dann schüchtern zu sein, denn jetzt brauche ich mal einen Abo. Die Texte ist nicht so schwierig, der geht nämlich O. Ich mache das jetzt mal vor, ihr macht das alle nach. Na, und? Genau, wir fangen einfach mal an. Und einmal noch. Genau, ein bisschen spät. Jetzt stehen wir hier, du schaust mich an, als ob die Frenze wäre. Komm! Es ist, als wäre nie was gewesen, wir hätten uns nicht kränken werden. Oh! Du bist das kleine Stückchen Hoffnung, warum man wir uns so entfernt. Oh! Es tut so wenig hinzusehen, kalte Stille zwischen all dem Lach. Genau! Und ich rufe die zweite Worte in die dunkle Nacht. Doch mein Herz schlägt laut, weil ich schreien kann. Und ich rufe die zweite Worte im Lach. Und ich rufe die zweite Worte in die dunkle Nacht. Ich hab gedacht, wir sind die Zukunft, die Fotos umzureden an. One, two, three. Nicht so unverbindlich, für mich war das ein Leben lang. Jetzt kann ich nichts mehr spüren, alles hier fühlt sich wie Regen an. Ich weiß nicht, welche Kraft es war, ich schau mir nur die Schäden an. Und ich ruf in Zweifelworte in die dunkle Nacht, doch mein Herz schlägt lauter, als ich schreien kann. Es ist doch nur lieb, das geht schon wieder vorbei, du musst einfach nur atmen. Liebe geht nicht unter, allein. Es ist doch nur Liebe, das geht schon wieder vorbei, du musst einfach nur atmen. Die Welt geht nicht unter, allein, allein, allein. Wer ist hier verliebt heute? Partnerin, Partnerin, alle aufzeigen. Das ist doch nur Liebe, das geht schon wieder vorbei. Du musst einfach nur atmen. Die Welt geht nicht unter, allein, allein, allein. Es ist doch nur Liebe, das geht schon wieder vorbei. Du musst einfach nur atmen. Die Welt geht nicht unter, allein. Das ist doch nur Liebe, das geht schon wieder vorbei. Applaus für Leo, vielen Dank! Meine Damen und Herren Alexander Klafs, danke für die City-Caray-Mackenburg. Auch an euch noch vielen Dank. Hier kam zwar nichts an, aber bitte. Bis gleich, ich freue mich euch. So, jetzt kommt das Allerbeste. Nochmal Applaus bitte für Alexander Klafs und natürlich auch für Leo. Und jetzt könnt ihr den Alexander alle mit nach Hause nehmen. Und das geht folgendermaßen entweder auf CD oder auf dieser fantastischen Box, die wir hier noch haben. CD kostet 15 Euro, die Box kostet 20 Euro.